ein wunderschönen guten tag meine damen und herren heute haben wir ein golf 7 gti abgasanlage modifiziert ich rede gar nicht erst hört euch das an ganz kurz nur das ist der wahnsinn das ist einfach geil das ist hammer das ist keine ahnung was auch immer das ein golf 7 gti was soll das sein abgasanlage von uns modifiziert sound einer meiner favoriten muss ich ehrlich zugeben das ist und im tunnel ist das im tunnel ist das feierabend also deshalb nicht immer wie ist kein v8 ist kein mit hier ist es kein bmw wo wir das alles jetzt schon kennen das ist golf 7 das ist vw das volkswagen power das ding knallt auf jeden fall dsg es gibt nichts geileres also ich finde ich finde das knallen viele sagen auch furzen dazu wow ich finde es geil also ich stehe extrem drauf ne ganz ehrlich ich will euch gar nicht erst lange aufhalten jetzt machen wir soundaufnahmen von außen zieht euch einfach rein so bis gleich so so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020